Hallo liebe Schüler! Hallo ihr Lieben! Wir wollten euch mal zeigen, wie es jetzt hier aussieht und wir vermissen euch! Ja wirklich! Ein wenig! Nein, ganz toll! Tschüss! Tschüss! Bis bald! Nix los hier ohne euch! Bleibt alle schön gesund, wir vermissen euch! One, two, three! Hallo liebe Schüler! Ich hoffe es geht euch gut! Bleibt schön gesund, denkt dran, immer schön Abstand halten und viel an der frischen Luft! Schöne Grüße aus dem Chemielamor Lesman! Tschüss! Salut! Na fast! Sag mal, un, deux, trois! So, ich wünsche mir wirklich, dass ich euch bald wiedersehe! Denn die beiden hier, bei denen bringt das nicht so richtig was! Ich wünsche euch ganz viel Durchhaltevermögen für diese Tage! Ich hoffe, dass ihr neben vielen Schularbeiten auch Zeit habt für Dinge, die euch Spaß bringen, dass ihr die Sonne genießen könnt, dass ihr Ostereier anmalt! Ich hoffe, es geht euch gut! Das Lehrer-Dasein ohne Schüler, die man regelmäßig sieht, ist echt blöd! Ich fange schon an, den Kaninchen was beizubringen! Und nutzt doch vielleicht die Zeit, die ihr zu Hause seid, um einfach mal Sachen zu machen, für die ihr sonst keine Zeit hattet! Wir sehen uns bald wieder! Ich freue mich darauf! Haltet durch und bleibt gesund! Haltet die Ohren steif und lasst euch nicht unterkriegen! Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.